Fünf Gründe für Xentral. In diesem Video erklären wir dir, warum du Xentral als E-Commerce-ERP-System nutzen solltest. Freunde des E-Commerce, mein Name ist Ali Okasi, ich bin Inhaber der E-Commerce-Agentur eBakery. Heute bin ich zu Gast bei Xentral und wir sprechen über die fünf Gründe, also fünf Gründe, warum ihr Xentral als E-Commerce-ERP-System nutzen solltet. Und dafür habe ich Prokuristin, CPO, Claudia da. Warum sollte ich Xentral nutzen als Online-Händler? Weil es unglaublich viele Schnittstellen hat, auch zu verschiedenen Shop-Systemen. Das heißt, man kann sich auch für mehrere Shop-Systeme entscheiden und alles sozusagen nach Xentral reinholen. Dann vielleicht der zweite Grund sind verschiedene Logistikprozesse, dass man diese ganzen Kanäle sozusagen abholt und dann verschieden abarbeitet, entweder über Fulfiller oder im eigenen Haus packt. Ein weiterer Grund sind auch die Möglichkeiten, die Sales-Funktionen oder CRM-Funktionen mit anzubinden. Das heißt, man kann auch E-Mails abholen, kann die eben Adressen auch zuordnen. Also zu den verschiedenen Themen gibt es auch Videolinks hier oben. Einfach draufklicken. Ich denke, hier oben ist CRM. Aber Punkt vier wäre... dass es verschiedene spezifische Sondermodule auch gibt. Das heißt, so eine Abo-Verwaltung haben wir auch für monatlich wiederkehrende Gebühren. Dann gibt es vielleicht Firmen, die auch ein bisschen produzieren und MHD-Chargen oder Seriennummern nutzen. Die kann man sozusagen verwenden, auch am Packdisch dann eben scannen und eingeben. Die Verwaltung ist mit drin. Dass es für spezielle andere Prozesse oder Speditionsprozesse eben noch Module gibt. Das heißt eigentlich diese Modularität, dass man aus verschiedenen Modulen sich seine passenden dann auch auswählen kann und jederzeit aber auch verschiedene neue Sachen ausprobieren kann. Dazu sind hier auch nochmal Links und jetzt der letzte Punkt. Fünf, ich würde sagen Preis-Leistung. Ja, in der Business-Version sind die meisten gängigsten Module und Pick-Prozesse eben schon mit drin. Das heißt auch die ganzen Schnittstellenmöglichkeiten und je nachdem wie technisch fit man ist, kann man auch selber schon beginnen zu sagen, ab morgen binde ich mir dann mein neues, anderes Shop-System mit an. Kurz und knapp. Finde ich super. Kann man testen. 30 Tage kostenlos. Danke und danke fürs Zuschauen. Danke fürs Zuschauen.